Ja, einen schönen guten Tag aus einem von 38 Selgrossmärkten, heute aus unserem Betrieb aus Mannheim. Mein Name ist Timo Ringel, Ihr Non-Food-Vertriebsleiter und wir machen wieder ein kleines Warenkunde-Video für unsere Mitarbeiter. Und zwar heute mal zum Thema hochwertige Kaffee-Vollautomaten. Ich stehe hier vor zwei Vertretern der Firma Jura. Das ist also tatsächlich der Mercedes unter den Kaffee-Vollautomaten. Und nicht nur das, es handelt sich hier um Maschinen der Linie Jura Professional. Wir sind ja der Großmarkt für Profis und Genießer. Also hier bekommen Sie nicht die Automaten, die Sie draußen im Einzelhandel bei Mediamarkt und Saturn und dieser Halle heißen kaufen können, sondern Automaten, die auch professionellen Ansprüchen genügen. Und da ich mich in den technischen Details nicht ganz so gut auskenne, gebe ich mal weiter an unseren Fachmann von der Firma Cofema, der uns mit diesen Automaten betreut. Und er wird uns jetzt etwas zur Anwendung und zu den technischen Daten dazu erzählen. Ja, hallo und guten Tag. Ich bin Hendrik Reinicke von der Firma Cofema aus Hamburg. Wir sind der Kaffeemaschinenpartner von Selkos seit vielen Jahren. Und ich möchte euch heute zeigen, für welche Geräte wir uns entschieden haben. Auf der rechten Seite sehen wir die Jura WE8 aus dem Sortiment Jura Professional. Die Jura WE8 ist ausgelastet für einen täglichen Bedarf von bis zu 30 Tassen. Also für den professionellen oder ambitionierten Kunden, aber im kleineren Segment. Wir haben einen 3 Liter Frischwasserkanister, ein Frischmilchsystem. Wir haben einen doppelten Auslauf, der höhenverstellbar ist und können bis zu 12 verschiedene Produktspezialitäten programmieren. Das frische Mahlwerk ist einstellbar auf bis zu 5 verschiedene Mahlgradstufen. Und wir haben einen 230 Volt Stromanschluss. Die Jura X8 ist das größere Vergleichsmodell dazu. Im Vergleich zur kleineren haben wir hier einen 5 Liter Frischwasserkanister und eine Tagesleistung von bis zu 80 Tassen. Also schon für den etwas ambitionierteren Privatbedarf oder für den guten Gastronomen. Auch hier ein höhenverstellbarer Doppelauslauf, eine Heißwasserausgabe für den Tee und ein Frischmilchsystem mit einem Touchdisplay. Mit bis zu 21 programmierbaren Produkten. Sechs Direktanwalttasten, die wir mehrfach belegen können. Auch hier haben wir ein O-Aroma-Mahlwerk mit bis zu 1 Kilo Fassungsvermögen für die frischen Bohnen. Und wir können auch hier 5 verschiedene Mahlgradstufen wählen. Auch dieses Gerät läuft mit 230 Volt. Angeboten werden die Geräte zum attraktiven Kaufpreis. Der Kaufpreis beinhaltet immer die Lieferung zum Kunden, zum Aufstellort und die Inbetriebnahme. Die Inbetriebnahme umfasst nicht nur das Anschließen des Geräts, sondern auch die Einstellung auf die Kundenparameter, auf den Kaffee und auf das Porzellan, auf die Füllmengen bezogen. Selbstverständlich auch die Einweisung und die Handhabung des Geräts für den Mitarbeiter. Darüber hinaus bieten wir die Miete an. Die Miete ist die Möglichkeit, das Gerät über eine Laufzeit von 60 Monaten zu finanzieren. Und auch dort ist der Vollservice inbegriffen. Das heißt, wir liefern das Gerät zum Kunden, stellen es auf, installieren und sorgen für das Gerät für eine Betriebssicherheit. Es ist eine präventive Wartung einmal im Jahr und alle Störungsbehebungen im Bedarfsfall sind in der Miete mit inbegriffen. Den beiden Geräten haben Sie eine Auswahl, mit der Sie auch schon eine große Bandbreite am Bedarf decken können. Sollte der Kunde einen weiteren Bedarf haben oder etwas anderes suchen, so kann der Verkaufsberater auch gerne den Kontakt zu Cofema suchen und über das gesamte Portfolio von uns informieren. Wir führen das gesamte Sortiment von Jura Professional, darüber hinaus aber auch noch viele weitere Marken und Hersteller im professionellen Kaffee-Ausschankbereich. Das sind italienische Siebträger-Espresso-Maschinen, hochwertige, leistungsstarke Vollautomaten, aber auch das gesamte Thema Filterkaffee und Wasserspender kann über uns sichergestellt und abgedeckt werden. Also vielleicht nochmal für unsere SELGOS-Mitarbeiter, welches sind die Argumente, die Sie dem Kunden im Verkaufsgespräch mitgeben können, weshalb er sich bei uns für so einen Jura-Automaten entscheiden soll. Erstens ist es die professionelle Jura-Linie, die es nicht an jeder Ecke gibt und das hat auch zur Folge, dass Sie zum Beispiel auch bei der kleinen Maschine, die sich auch an den ambitionierten Privatanwender durchaus wenden kann, einen größeren Trester und einen größeren Frischwasserbehälter haben. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Bei mir ist es so, wenn ich an so einen Kaffee-Vollautomaten gehe, will ich mir dreimal einen Kaffee holen und zweimal habe ich das Gefühl, die Kaffeemaschine will was von mir. Entweder muss ich Wasser nachfüllen, die Reinigungstablette austauschen oder den Tresterbehälter leeren. Also das sind Geräte, mit denen passiert Ihnen das nicht so häufig. Und ganz wichtig, wie gesagt, professionelle Geräte. Es ist immer inkludiert die Aufstellung zu Hause. Das heißt, es kommt jemand von der Firma Coffema zu Ihnen nach Hause, schließt das Gerät an, stellt die Maschine auf Ihr Porzellan, Ihre Tassengröße und Ihre Kaffeebohnen ein. Diese natürlich auch gerne von uns empfehlen dürfen. Und Sie haben ein Jahr Voll-Service. Wenn irgendetwas mit der Maschine nicht in Ordnung ist, kommt jemand nach Hause und kümmert sich darum. Also nicht wie im Internet angeklickt, gekauft und irgendwas wird zum Problem, wo Sie das Gerät wieder in den Karton einpacken müssen, zurückschicken oder irgendwo in den Mediamarkt tragen. Sondern bei uns Voll-Service einmal kaufen, keine Probleme mehr. Ja, danke und tschüss, bis bald.